Die Debatte hat für uns verfolgt. Mein Kollege Ralf Schuler, jetzt auch bei mir im Studio. Ralf, das allererste, was einem aufgefallen ist, es gab gerade einige Zwischenrufe, Pfiffe bei der Rede von Angela Merkel. Was hatten diese zu bedeuten und ist das normal? Das ist inzwischen normal geworden. Die AfD hat sich sichtlich gemüht, durch Zwischenrufe die Kanzlerin aus dem Konzept zu bringen. Sie hat dann auch in Gestalt der Auftaktrede von Alice Weidel, der Fraktionsvorsitzenden, einen Totalverriss der merkelschen Politik geliefert. Das gehört zum Standard und ist bei so einer Generaldebatte eigentlich schon leider zu erwarten gewesen. Wir haben gerade eine Kanzlerin gesehen, die sehr filigran und sehr detailliert nochmal die Corona-Regeln vorgelesen hat und sie nochmal geradezu ausgebreitet hat, um sie nochmal vom Podium aus zu erzählen. Da dachte man eigentlich schon, naja, es ist die nüchterne, allürenlose Kanzlerin, wie immer auch bei so einer großen Generaldebatte. Bleibt sie sachlich, bleibt sie nüchtern. Am Ende wurde sie dann doch noch emotional. Das war schon sehr interessant. Ja, diese Generaldebatten haben ja eine lange Tradition. Jetzt ist es die letzte von Angela Merkel nächstes Jahr. Die Wahlen dann. Worum geht es überhaupt bei dieser Aussprache im Bundestag heute und generell, wofür sind diese Generaldebatten? Also das Königsrecht des Parlaments ist ja der Haushalt. Darüber wird alles gesteuert. Das Geld, was man den Ministerien zur Verfügung stellt, ist am Ende entscheidend dafür, welche Politik gemacht werden kann. Und da gibt es immer am zweiten Tag der Haushaltsdebatte, der Haushaltswoche im Herbst, gibt es die Generaldebatte über den Kanzleretat. Das ist eigentlich der Etat 04. Das ist ein unspektakulärer kleiner Punkt, weil das Kanzleramt erfahrungsgemäß nicht den größten Etatposten hat. In dem Jahr 3,38 Milliarden Euro. Relativ klein. Aber es wird genutzt, um eine Generalabrechnung mit der Politik der Kanzlerin oder des Kanzlers jeweils zu veranstalten und eine große Aussprache zu etablieren. Und das war auch diesmal so. Im nächsten Jahr wird es, du hast es richtig gesagt, ausfallen, weil die neue Regierung dann über dieses Geld verfügt. Und da kam es eben auch heute zum großen Schlagabtausch. Und man hatte überlegt, ob möglicherweise die Kanzlerin, da es nun ihre letzte Generaldebatte ist, zu einem großen emotionalen Auftritt nach 16 Jahren Kanzlerschaft ausholen würde. Das hat sie nicht getan. Sie blieb sich in diesem Sinne sich selbst treu. Aber am Ende wandte sie sich nochmal ganz emotional an Bürger und Abgeordnete, appellierte die Corona-Regeln einzuhalten. Sie sagte, wir werden das Leben, was wir kannten, zurückbekommen, wenn wir jetzt uns an die Regeln halten, auf unsere Nachbarn achten. All das, was man die Jahre von ihr immer wieder gefordert hatte, dass sie eine große, emotionale Rede hält, das kam nun ganz zum Schluss im letzten Redebeitrag der Generaldebatte. Nachrichten und Breaking News nur bei BILD. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.